Guten Abend, meine Damen und Herren, hier ist die Tagesschau und das sind die Themen heute Freitag. Wieder Sicherheitsleck beim Bund. Im VBS und im Aussendepartement wurden erneut Daten gestohlen. Zuerst zu Sicherheitslücken im Verteidigungsdepartement. Cyberkriminelle haben sich ins VBS und auch das Aussendepartement gehackt, wie heute bekannt wurde. Wie lange die Hacker am Werk waren, das ist nicht bekannt. Ebenso wenig, welche Daten gestohlen wurden. Christoph Nuffer. Wieder wurde das VBS und das EDA angegriffen. VBS-Sprecher Renato Kalbermatten sagt auf Anfrage, schon im Juli sei der Cyberangriff beim VBS entdeckt und gestoppt worden. Der Nachrichtendienst in Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Armee konnten diese Attacke, die Software identifizieren. Wir haben dann sofort Massnahmen ergriffen, dass sich diese Spionagesoftware nicht ausbreiten kann und haben dann die Säuberung vorgenommen. Und jetzt bestehen keine Risiken mehr, dass wir mit dieser Software irgendwelche Schaden angerichtet werden könnten. Bereits 2016 wurde die VBS-Tochter RUAG angegriffen. Mehr als 20 Gigabyte Daten wurden damals gestohlen. War die RUAG wieder das Ziel? Nicht ausgeschlossen? Und wurden wieder Daten gestohlen? Also auch da ausschliessen können wir es nicht. Aber es ist so, dass unsere Spezialisten und die heutigen Erkenntnisse, die wir haben, zeigen, dass das eigentlich der Fall sein dürfte. Aber auch da die Untersuchungen werden es dann schlussendlich zeigen. Laut Bundeskanzlei wurde der Cyberangriff mit der wohl russischen Malwehr Turla verübt. Steckt also Russland dahinter? Der Chef Cybersecurity von PricewaterhouseCoopers ist vorsichtig. Wenn es diese war, wo sie im Pressecommunicat erwähnt wurde, dann gibt es tatsächlich historische Hinweise, dass die meisten Entwicklungsarbeiten in der Zeitzone UTC plus 4, also in der Zeitzone, wo bei Iran beginnt und bei Russland aufhört, gemacht wurde. Aber das sind nur Hinweise, das ist nicht bestätigt. Justizministerin Sommaruga und Bundesratssprecher Simon Atsi gaben sich heute vor den Medien äusserst zugeknöpft zum Fall. Könnten Sie es anfangs schon jetzt sagen? Nein. Nun ermittelt die Bundesanwaltschaft wohl gegen Unbekannt. Von der Cyberkriminalität zum Datenschutz. Das Datenschutzgesetz ist 23 Jahre alt und damit überaltert, denn es stammt aus den Kindertagen des Internets. Mit einem neuen Gesetz will der Bundesrat diesen Missstand beheben. Vor allem die persönlichen Rechte sollen gestärkt werden. Bürgerinnen und Bürger sollen transparent darüber informiert werden, was mit ihren Daten passiert. Datensammelnde Anbieter riskieren bei Missbräuchen härtere Strafen. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte erhält mehr Kompetenzen. Dieser Gesetzesentwurf des Bundesrates stösst in der Wirtschaft, aber auch bei Konsumentenschützern auf Kritik. Jeder hinterlässt mit alltäglichen Verrichtungen Spuren im Netz. Daten sammeln sich an, die über unser Kaufverhalten oder andere Vorlieben Auskunft geben. Diese Daten will der Bundesrat nun mit einem griffigeren Gesetz schützen. Dieses Datenschutzgesetz bringt ein Auskunftsrecht. Also die Konsumenten, auch die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht zu wissen, wenn zum Beispiel ein Unternehmen meine Daten weiterverwendet, an Dritte weitergibt, dann darf ich wissen, an wen und auch vor allem zu welchem Zweck. Den Unternehmen, die grosse Datenmengen verwalten, geht der Gesetzesentwurf zu weit. Das ist eine grosse Bürokratie. Die Unternehmen müssen Datenschutzbeauftragte anstellen. Dann ist sicherlich auch das Bussenregime nach wie vor hoch, 250'000 Franken. Wir haben auch viele mittelständische, kleine Unternehmen, die davon betroffen sein können. Für die ist eine Viertelmillion Franken viel. Kritik kommt auch von den Konsumentenschützern. Sie fordern einen besseren Schutz der persönlichen Daten, die sich bei Internetdienstleistern ansammeln. Ein wichtiger Teil ist die Transparenz. Die ist sehr offen gehalten. Das heisst nicht, dass man wirklich informiert wird. Dann ist es eben auch ein Teil, dass die Konsumenten nicht selber bestimmen können, ob sie Daten weitergeben wollen oder nicht. Also man wird vielfach gezwungen, die Daten weiterzugeben. Oder es gibt auch kein Recht auf Vergessen. Das ist vorgesehen in der europäischen Rechtslage. Der Streit um den richtigen Datenschutz geht nun in eine neue Runde. Das Parlament wird über die bundesrätliche Botschaft des neuen Datenschutzgesetzes beraten. Das war's von uns für Sie. Weiter geht's auf SRF 1 mit mir, Thio und Asraf Bederlüt. Einen unterhaltsamen Abend und bis bald. Das war's von SRF 1 mit mir, Thio und Asraf Bederlüt. Das war's von SRF 1 mit mir, Thio und Asraf Bederlüt.